ein neuer teil von meinen railcraft tutorials ja in den letzten teilen haben wir doch schon viel gelernt also die ganzen basics wie wir uns die schienen herstellen wie wir uns motoren oder dampf herstellen ja wir haben im prinzip schon fast alles besprochen aber das wichtigste kommt natürlich noch und zwar wie wir den signale setzen und wie wir weichen automatisch umstellen und auch das habe ich natürlich einmal vorbereitet und das möchte ich euch zeigen also wir haben ja uns schon die schienen angeguckt und es kann ja durchaus passieren dass ein minecart über eine schiene fährt und auch wieder zurück so bis dahin ist das ja noch nicht schwierig aber jetzt sehen wir hier schon so rot blinkende ampeln was ist das ja das darum geht es heute das sind signale also die signale haben verschiedene funktionen die signale können anzeigen ob auf dem streckenabschnitt zwischen zwei signalen ob sich da ein ja ein minecart befindet ob es sich irgendwo annähert ob es sich irgendwo entfernt und das gucken wir uns jetzt an dieses blinkende signal was ist denn das überhaupt das ist ein blog signal auf deutsch zumindest ein blog signal und wie bauen wir das wir haben eisenbarren oben links und oben rechts und oben in der mitte rechts in der mitte genau haben wir einen tintensack oben links eine signallampe und oben in der mitte eine steuerschaltung wie bauen wir die zwei auch das gucken wir uns natürlich an die signallampe relativ einfach glas scheiben links und dann rot gelb und grüne farbe in die mitte unten rechts ein redstone und rechts in die mitte kommt dann glowstone staub und wie bauen wir dann eine steuerschaltung das ist ein bisschen umfangreicher ihr seht also wir haben lapis lazuli dann haben wir redstone dann haben wir in den ecken noch sand in der mitte ein goldbarren rechts ein schleimball und unten ein normaler redstone verstärker so und mit diesen ganzen materialien bauen wir uns dann also ein blog signal das blog signal ist nur dieses signal hier oben also dieser stamm hier unten das ist ein das ist ein zaun den ich mir gebaut habe und auf diesen zaun habe ich dann dieses blog signal gestellt deswegen sieht das so aus so wenn ihr euch jetzt fragt mensch was sind denn das für rote und schwarze markierungen also das verhält sich so dieses blog signal prüft ob in der nähe also genau in diesem roten bzw schwarzen bereich eine schiene lang läuft und mit dieser schiene kann dann dieses blog signal interagieren also wenn jetzt also so wie in meinem fall hier eine schiene lang läuft erkennt dieses signal die schiene an und hier drüben haben wir dann auch noch mal eine ja ein blog signal und auch hier sehen wir läuft die schiene durch dieses blog signal durch die ich jetzt kaputt gehauen habe machen wir auch wieder heile so läuft also auch hier durch und jetzt müssen wir noch irgendwie hinkriegen dass sich diese beiden blog signale miteinander verbinden um ja um uns irgendwas anzuzeigen also wir sehen wenn wir jetzt hier mit rechts drauf klicken passiert gar nichts dafür benötigen wir nämlich noch ein bisschen werkzeug und das bauen wir uns jetzt zuallererst brauchen wir also einen signal block vermesser die habe ich mir alle auch schon mal gebaut wie wir die bauen das zeigen wir natürlich und zwar haben wir links und rechts einen knopf in der mitte eine glasscheibe unten redstone und oben einen kompass und schon haben wir einen signal block vermesser wie die ganzen sachen auf englisch heißen werde ich jetzt nicht mehr erwähnen schaut euch einfach anbauts nach im prinzip geht es auch einfach nur um die funktionalität und nicht um die namen in meinem tutorial dann haben wir auch noch ein abstimmen gerät abstimmen geräte bauen wir knopf links und rechts oben in die mitte ein redstone fackel und genau in die mitte eine empfänger schaltung so und ganz wichtig hier zu sehen dieses diese empfänger schaltung die bauen wir ähnlich wie die steuerschaltung aber genau andersrum im prinzip sand redstone lapis lazuli der redstone verstärker und der schleimball und schon haben wir eine empfänger schaltung also quasi gedreht ja wofür brauchen wir diese beiden geräte denn also den signal block vermesser und das abstimmen gerät dazu kommen wir jetzt der signal block vermesser ist am anfang das wichtigste gerät für uns nämlich damit können wir zwei von diesen block signalen miteinander verbinden also wenn wir uns das jetzt in die hand nehmen mit rechts auf ein blog signal klicken sehen wir jetzt im text beginnen signal block survey jetzt gehen wir zum anderen signal klicken dort ebenfalls mit rechts drauf und sehen successfully defined signal block also das bedeutet diese beiden signale sind jetzt miteinander verbunden und wie arbeiten die also wir sehen ja jetzt hier den prüfbereich wenn also zwischen diesem signal und diesem signal kein mine card ist dann leuchten beide grün das heißt der weg ist frei sollten wir uns jetzt hier ein mine card hinsetzen sehen wir ach alles klar die prüfen moment es ist ein mine card im weg also zeigen wir rot an die ampel ist auf rot so dann gibt es natürlich noch die möglichkeit das sehen wir jetzt wenn jetzt ein mine card von links nach rechts fährt habt ihr es vielleicht gesehen diese ampel schaltet auf gelb und diese ampel schaltet auf rot das bedeutet gelb bedeutet bewegt sich von der ampel weg und rot bedeutet bewegt sich auf die ampel zu also wenn wir jetzt hier drüben mal gucken wenn wir jetzt das mine card wieder losschicken müsste diese ampel gelb werden und diese ampel rot die ist gelb und die ist rot ihr habt gesehen und wenn dann das mine card wieder aus dem bereich raus fährt schalten die beiden ampeln wieder auf grün ja also jetzt gucken wir uns das noch mal an so ihr habt es gesehen so funktioniert das gut müssen denn diese beiden signale genauso stehen wie ich sie gestellt habe nein müssen sie nicht auch das gucken wir uns jetzt einmal an und zwar wir haben jetzt hier ein signal da steht einmal unten und wir haben jetzt ein signaler steht oben aber die stehen auch nicht wie ihr seht in einer linie sondern ein bisschen versetzt schaffen wir es denn trotzdem diese beiden signale zu verbinden das gucken wir uns jetzt an also wir nehmen die signal block vermesser klicken mit rechts hier auf dieses signal mit rechts auf das signal und wir sehen wir haben es geschafft die sind miteinander verbunden denn diese schienen sind immer noch im bereich des des gültigen also hier mein mein rotes kreuz und hier auch und beide ihr seht sind miteinander verbunden so wenn wir das jetzt losschicken dann wird auch das gelb und das wird rot und das verbindet also es ist im prinzip egal in welcher höhe die miteinander sind und es ist auch egal ob die jetzt in einer geraden linie zueinander stehen oder nicht aber was nicht egal ist das gucken wir uns jetzt an das ist nämlich folgendes also wir sehen jetzt wir haben zwei signale die sind in der gleichen höhe angeordnet die sind auch in der gleichen moment so die sind auch hier auf der gleichen ebene angeordnet also in der gleichen vertikalen sozusagen von hier aus gesehen aber wir sehen die schiene führt an dem roten signal vorbei jetzt probieren wir es doch einfach mal diese beiden miteinander zu verbinden wir klicken das mit rechts an wir klicken das mit rechts an und jetzt no rail found near block signal das bedeutet ich kann diese beiden nicht miteinander verbinden denn dass die schiene läuft also außerhalb des gültigkeitsbereich rum also das hat hier keinen quadratischen prüfradius sondern wirklich nur dieses kreuz was ich hier aufgemalt habe also obwohl diese beiden auf einer ebene stehen kann ich die nicht miteinander verbinden denn die schiene läuft nicht durch ein gültiges signal durch ihr habt gesehen da passiert gar nichts können wir nicht miteinander verbinden was passiert jetzt aber wenn wir das wenn wir die gleich den gleichen aufbau wie hier drüben haben es ist ein knick in der leitung sozusagen aber hier vorne ist er im roten bereich und hier ist er im roten bereich könnten wir ja eigentlich davon ausgehen dass wir diese beiden signale miteinander verbinden können probieren was gerade mal aus moment okay jetzt haben wir ja da haben wir das einmal gesehen wenn wir einmal ein signal ausgewählt haben und es wir dem kein gültiges signal zuweisen müssen wir das erstmal nochmal mit rechts abwählen also wir sehen jetzt hier signal block survey abdont das bedeutet also wir haben jetzt diese diese auswahl erstmal abgewählt und erst dann können wir ein neues signal hier auswählen also hier wieder mit rechtsklick drauf und auch hier also wir sehen wir starten im roten bereich machen hier ein knick und landen hier im roten bereich und dann sehen wir hier ist signal block ist not valid warum das viele sind doch im roten bereich ja das liegt daran dass die schiene hier keinen geraden verlauf hat also es ist wie wir hier vorne gesehen haben egal ob die beiden in der gleichen höhe stehen oder so auf welcher ebene das macht gar nichts solange diese schiene gerade ist jetzt sehen wir aber diese schiene macht hier einen knick und schon kann auch dieses signal nicht mehr erkennen um was für eine schiene es sich handelt die sind also nicht mehr miteinander verbunden bedeutet also wenn ihr zwei signale miteinander verbinden wollt müsst ihr darauf achten nicht dass es kaputt macht so wie ich sondern müsst ihr darauf achten dass ihr eine gerade linie habt so wie wir es davor gesehen haben macht ihr einen knick funktioniert es nicht mehr also ihr seht es leuchtet immer noch rot rot blinkende signale bedeutet es wurde noch nicht zugeordnet gut dann schauen wir uns doch einmal an und mensch was haben wir denn hier und zwar wir haben hier wieder ganz normale signale links und rechts aber jetzt haben wir hier noch ein doppeltes signal dieses doppelte signal das schauen wir uns auch gerade einmal an wenn ich es jetzt ad hoc finde mit railcraft nein moment genau das ist dieses ein doppelkopf block signal wie wir uns das bauen das schauen wir uns dann auch später noch an aber was hat denn das zu bedeuten also wir haben hier einmal ein ganz normales block signal wir haben hier noch ein etwas anderes signal und dann eben dieses doppelte signal wir können jetzt also mit einem mit unserem block vermesser wieder ach so jetzt müssen wir das wieder erstmal abwählen hier gut also wir wählen jetzt dieses signal aus und wählen jetzt dieses signal und schon sehen wir alles klar diese beiden sind miteinander verbunden wenn ich jetzt ein minecart hier vorne einmal lang schiebe zu testzwecken sehen wir die sehen wir hier leuchten zwei verschiedene farben aber das untere signal hiervon leuchtet mit diesem signal zusammen das bedeutet diese beiden signale sind jetzt miteinander verbunden aber jetzt haben wir hier noch ein oberes signal was bedeutet denn das und dafür brauchen wir jetzt unser abstimmgerät das ist das was wir zu beginn gebaut haben und wir brauchen genau das was jetzt hier steht und was ist das das ist ein entferntes signal dieses entfernte signal zeigt uns quasi den stand der oberen lampe an also es reflektiert genau das was hier oben ist es spiegelt also das wieder damit wir das das was hier leuchtet auch in einer ganzen entfernung wieder sehen können so und das machen wir dann eben wie folgt wir haben unser abstimmgerät klicken unser signal an klicken unseren klicken das hier an und schon sehen wir wenn wir uns einmal hier zurück bewegen die obere lampe leuchtet gelb bedeutet ja bewegt sich vom ziel weg und schon zeigt es das an so und die untere lampe rot bedeutet die strecke ist besetzt das ist ja das was wir vorhin gesehen haben also strecke belegt so diese beiden sachen zeigen euch im prinzip die ja einmal den ist stand an also strecke ist belegt und den status den aktuellen mein card bewegt sich vom ziel weg gut und das schauen wir uns jetzt hier noch einmal genauer an wie gesagt das ist ein entferntes signal das können wir dazu benutzen um wenn wir jetzt also als beispiel eine strecke haben die hunderte von von blöcken lang ist können wir ja natürlich irgendwann nicht mehr sehen was da hinten für ein signal ist also stellen wir uns in regelmäßigen abständen dieses entfernte signal auf und können dann trotzdem den status ablesen ach alles klar grün strecke ist frei gelb bewegt sich von hier weg und dann können wir das ablesen wie bauen wir das so wir hatten das also ähnlich wie das signal da vorne natürlich schon das entfernte signal haben wir dann aber eine empfänger schaltung eisenbarren tintensack und signallampe und dann haben wir ein entfernte signal so in dieser entfernung macht das natürlich auch wenig sinn wenn wir das jetzt hier stehen haben wir können ja aber auch lassen wir das mine card erstmal vorbei als beispiel hier vorne so eine entfernte signal stehen haben und dann wäre es ja auch sinnvoll wenn wir das als beispiel in einem haus drin stehen haben um zu sehen ob denn die strecke frei ist also nehmen wir wieder unser abstimmgerät klicken unser doppel signal an und klicken dieses entfernte signal an und wir sehen diese beiden sind jetzt miteinander verbunden das heißt wenn das mine card jetzt wegfährt wir sehen es diese beiden sind jetzt miteinander synchronisiert also auch wenn ich dann irgendwann dieses mine card gar nicht mehr sehen sollte weiß ich jetzt ach alles klar jetzt entfernt es sich jetzt läuft sie gerade rum nähert sich wieder an und entfernt sich jetzt wieder von dem signal also bedeutet diese dieses signal hier könnt ihr auch in irgendeinem beliebigen abstand setzen ihr seht das muss in keiner geraden linie sein und trotzdem seht ihr was auf dieser strecke passiert gut gut das war's im groben zu den signalen zu den block signalen zu den entfernten signalen oder auch zu diesen doppelkopf block signalen gucken wir uns doch jetzt einmal unsere weichen an also wir haben ja wie wir im zweiten tutorial schon gesehen haben zwei verschiedene weichen und zwar nach jetzt habe ich sie gar nicht aufgebaut auf jeden fall wir haben jetzt einmal ein eine manuelle weiche das ist diese und eine automatische weiche das ist diese und wie unterscheiden die sich also wir haben ja gelernt wir haben ein brecheisen mit dem brecheisen können wir also wie wir das bauen haben wir im ersten teil gesehen können wir hier mit rechtsklick bei dieser manuellen weiche sagen ja bitte stell mir die weiche um oder wir können auch hier auf die weiche drauf klicken dann ändert das die richtung ihr seht links oder rechts das können wir dann bestimmen bei dieser automatischen weiche können wir das nicht wenn wir hier mit rechts drauf klicken sehen wir es öffnet sich ein neues interface bedeutet diese weiche stellt sich nur dann um wenn ein signal eingeht es kann entweder ein rotes signal sein was dann auch als also hier eine redstone schaltung gleich kommen würde wir können aber auch sagen wenn ein gelbes signal ein grünes signal ein blinkend gelbes oder ein blinkend rotes signal eingeht das sind dann die signale die wir aus diesen ja aus diesen entfernungs oder aus diesen block signalen ablesen können die stellen sich also nicht manuell um sondern die stellen sich ganz automatisch um da können wir jetzt nichts einfach so entscheiden wie verhält sich das denn wenn wir jetzt als beispiel so jetzt haben wir hier einen minecart das schicken wir mal los wenn wir jetzt ein ja ein minecart hier lang schicken wollen was nach rechts fahren soll schicken wir das einfach geradeaus oder können das auch wieder zurück schicken wenn wir jetzt sagen nein bitte fahr geradeaus nehmen wir uns einfach brecheisen in die hand und schicken es dann weiter geradeaus so das heißt und erfährt auch hier weiter lang und hier brauchen wir dann also hier können wir nicht mehr mit dem brecheisen arbeiten sondern hier brauchen wir dann ein aktives redstone signal das können wir dann auch umlegen und wir sehen alles klar das minecart fährt jetzt geradeaus oder wenn ihr euch das brecheisen in die hand nehmt könnt ihr das auch noch umstellen so dass das minecart dann auch in andere richtungen fährt gut also diese manuellen schaltungen ist ganz klar können wir selber eben umschalten diese automatischen nicht aber wie schaffen wir es denn dass diese automatischen signale ja auch wirklich automatisch umgeschaltet werden und das gucken wir uns in diesem teil an denn wir haben jetzt hier zwei zwei block signale stehen die also überprüfen ob ein ein minecart genau auf dieser strecke ist sollte das der fall sein wir machen das einmal so ich nehme das mal weg nur damit ihr seht also wir sehen jetzt sollte also hier auf dieser strecke kein block kein minecart stehen kann ein minecart also geradeaus fahren das nehmen wir uns jetzt mal und wir sehen es biegt ab mensch warum das denn denn also er prüft ist hier zwischen ein minecart wenn das so ist wird ihr diese lampe auf rot gesetzt so das haben wir jetzt gesehen die lampe ist auf rot und automatisch schaltet sich die automatische weiche um also wir sehen es hier sobald ein minecart hier steht schaltet sich die weiche um warum macht er das wie haben wir das gemacht und zwar dafür nehmen wir uns also diese automatische weiche nehmen uns unser abstimmgerät und verbinden mit einem rechtsklick dieses signal mit dieser weiche wenn wir das gemacht haben können wir wieder mit einem brecheisen hier mit rechts draufklicken und wir sehen auch hier wieder ein interface also was soll denn passieren wenn also diese automatische weiche ein rotes signal erhält dann soll sie ein redstone signal aussenden dann soll sie also interagieren mit der schiene und wir wissen ja wenn hier ein redstone signal angelegt wird schaltet die schiene um wir können das natürlich aber auch auf gelb oder auf grün oder auf gelb blinkend oder rot blinkend umstellen wollen wir jetzt aber gar nicht machen wir gucken uns also nur einmal an wie das aussehen würde wenn dann jetzt also hier ein minecart steht oder Moment Moment so angenommen von hier kommt jetzt irgendein irgendein minecart angefahren ach jetzt haben wir es einmal umgestellt also Moment so wenn jetzt hier also ein minecart stehen würde könnte ja von hier drüben kein minecart geradeaus fahren also müssen wir irgendeine möglichkeit finden um auszuweichen und das prüft er jetzt also wenn die strecke rot ist weil hier steht ja ein minecart nehmen wir es wieder weg dann ist es frei steht hier ein minecart muss dieses minecart also umgeleitet werden weil es kann nicht geradeaus fahren und genau das passiert in dem fall wenn jetzt hier kein minecart stünde und wir setzen hier ein minecart drauf sieht er alles klar die strecke hier vorne ist frei und wir können weiter geradeaus fahren jetzt sieht er oh Mist da vorne steht ein minecart wir können nicht mehr geradeaus fahren wir müssen also eine abweichende route fahren so könnt ihr euch im prinzip ganz große strecken aufbauen und mit hilfe dieser automatischen blocksignale könnt ihr dann sagen dass eine alternative route gewählt werden soll jetzt will ich euch noch einmal ganz kurz eben genau diese diese schienen zeigen die haben wir ja im letzten teil nicht im letzten teil im zweiten teil unserer tutorial reihe gesehen diese ganz normalen schienen können wir mit einer mit einem brecheisen nach links oder rechts umstellen so jetzt sehen wir hier die verbinden sich also jetzt können wir nur minecarts die von hier kommen nach links oder rechts umschalten minecarts die jetzt von hier oder von hier kommen werden davon gar nicht berührt denn die fahren immer geradeaus und dafür bräuchtet ihr immer so eine automatische oder halt eine manuelle weiche denn auch dann könnt ihr die die cards die von der seite kommen umstellen also wenn ihr euch gefragt habt mensch wie schaffe ich denn das dass auch von allen seiten irgendwie die richtung geändert werden kann genau so macht ihr das ohne gerät hier also ohne weichen stelle an der seite hier könnt ihr nur von einer seite umstellen solltet ihr aber hier ein eine weiche hinstellen könnt ihr das von hier von hier von überall könnt ihr das verändern gut das war jetzt die erklärung wie wir also die signale setzen wie wir ein entferntes signal setzen wie wir weichen bauen wie wir weichen stellen und wie wir die benutzen das soll es auch für heute gewesen sein damit das gar nicht zu viel wird und im nächsten teil zeige ich euch dann wie wir es denn schaffen mit hilfe von weiteren geräten die haben wir nämlich hier von signal receivern oder von signal controlern wie wir es denn also da schaffen die mit unseren signalen und so zu verbinden so dass zwei aufeinander fahrende cards sich gar nicht kollidieren sondern dass die schön warten bis die strecke wieder frei ist ja das sehen wir hier und sobald die strecke frei ist fährt das minecart weiter wie wir das machen und wie wir eben genau diese signal controller oder die receiver box bauen das zeigen wir dann im nächsten tutorial oder eben wie wir andere strecken bauen aber auch das zeigen wir euch dann also bleibt mir treu guckt beim nächsten mal wieder zu kommentiert meine videos äußert eure wünsche ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen macht's gut bis dahin tschüss